Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Elements Destiny Origins. Das letzte Mal haben wir eine kleine Sightseeing-Tour veranstaltet und erfolglos nach einem Punkt zum Weiterkommen gesucht. Hier sind wir gerade irgendwo im Nirgendwo. Keine Ahnung, wo wir sind. Bei Familie Tegi scheinbar. Und ich bin diesmal nicht alleine. Wen habe ich denn damit gebraucht? Den wunderbaren Windvokal-P. Ja, den wunderbaren Windvokal-P. Ist nicht den normalen? Ja, den wunderbaren. Den wunderbaren. Ich werde jetzt sicher nicht mehr hier. Ich habe mir gedacht, ich schaue noch einmal den Eltern nach, weil ich habe im Video was entdeckt, wo ich letztes Mal nicht nachgeschaut habe. Ne, im Punkt, wo ich nicht nachgeschaut habe letztes Mal. Ah, okay. Das war richtig dumm. Ist ja ganz in der Nähe von den anderen Hüten, denn wir haben ja einen Hut gefunden. Den Strohhut X. Und ich will jetzt den Strohut Y finden. Bist du ein Strohut-Pirat oder was? Ich bin voll der Strohut-Pirat. Oh yeah. Oh yeah. Also gehen wir nochmal den ganzen Weg zurück. Ist ja kein Problem. Bladidoo. Hallo Händler Fred. Nein! Nein! Schwerb wieder! Nein! Ich muss ausweichen. Okay, geschafft. Also gehen wir mal hier. Hier ist ein Baum. Das finde ich sehr kreativ. Den mag ich jetzt nicht. Das ist ein Baum wie der Baum-Baum. Und dann bleib ich jetzt. Oh Gott, nicht mehr. Okay, ich bin doch nicht da. Spinne. Spinne, die fliegen könnt. Oh ja, find doch. Spinne? Ja. Kannst du eigentlich in einem Wasserfall vorbei? Ne, gleich nicht. Ach, ist ja cool gewesen. Hier frag ich mich immer noch was für was das hier gut ist. Man kann ja nicht... Ich kann ja nicht mehr... Ne, man kann nichts machen. Und jetzt zum Punkt. Das ist nämlich hier in dem Haus, wo wir den Struth X gefunden haben. Ich habe nämlich einen schönen Mapping-Fail. Mapping-Fail. Warum Mapping-Fail? Ich bin einfach zu dumm. Ich habe mir hier gedacht, da gibt es nichts mehr. Da war der Struth X drin. Aber ja, wie dumm muss man sein, dass man das nicht bemerkt. Und man kann da vorbei. Fail. Also schauen wir mal. Struth Z erhalten. Ja, das ist schon mal hilfreich. Da bringt uns zwar gar nichts mehr. Was machen die Struth heute überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Stroh Y. Okay, jetzt haben wir drei Struth Hütte. Ähm, ja. Ach, das ist auch noch was? Leer. Okay. Das ist interessant. Und was jetzt? Hä? Gib mir mal zur Vogelschritte. Was sagst du? Gib sie. Frau. Ich weiß, man ist ein richtiger Stroh-Fetischist. Man fühlt sich das Gefühl, er liebt sie mehr als mich. Oh. Oh, ein Fetischist. Schau mal, lesen wir mal. Der Rot ist der Vogelschritte, ist ja gar nicht echt. Aber ich kann das nicht erkennen. Sieht aus wie ein Y. Ja, das ist aber nichts für... Sieht auf wie ein Y. Sieht auf wie ein Y. FAL. Sieht auf, FAL. Ja, aber, ähm, ja, hat sich also nichts verändert. Also, es geht weiter. Ich setze hier den Y-Hut auf. Ja, machen wir mal. Erika setzt den Y-Strohut auf den Kopf der Vogelscheuche. Und das bringt uns was. Hä? Oh, das war jetzt der super Rätsel-Sound, den ihr nicht hören könnt. Ähm, aus der Ferne war ein Geräusch zu hören, wo das wohl herkam. Erika nimmt den Y-Strohut weg. Erika nimmt den Y-Strohut weg. Ja, warum? Hä? Was hab ich die dann gefunden, Fragezeichen? Also, ich glaube, du kommst jetzt da rein, wo die Planken waren vorher. Nicht Planken? Wirklich wär's. Ja, oder was ist das? Aber mal, es ist das nicht so weit weg, wenn sowas tun. Ach, ne, doch nicht. Schau mal da. Da hat sich nix verändert. Warum hat sie die Hütte eigentlich weggeworfen? Keine Ahnung, die mag keine Z-Hütte. Z ist eine scheißige Buchstabe. Und X ist sowieso nicht da. Da komm ich immer noch nicht durch. Ich kann Kavierspielen. Du, 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 okay. Kannst du von der Seite wegschieben? Hab ich auch schon probiert, so schön Blitze-Partner, ne, kann ich nicht. Dann müsste ich noch eine E-Signal finden. Dann schauen wir mal in der Desteros noch. Dann schauen wir halt da, wo du gesagt hast, nur. Dann schauen wir mal bei der Planken noch mal, wo du gesagt hast. Ja, die sind dabei noch zu. Also bringt das nix. Hab ich jetzt jedes Haus, ob du's sucht? Ne, ob es ja auch noch ein Haus geht. Oh, das hängt mal ganz weg zur Glase. Schau mal, mir wird danach, hast du die Streute noch? Nein, ich hab gar nix mehr. Ah, okay. Was ist hier? Ja, hier war das Haus. Stimmt, da war ich dran. Ja, da warst du schon. Ja, da war ich da oben in einem Haus noch nicht. Muss ich doch was da verändert haben. Ich denke, ich, dass es immer weit weg sein wird. Das hier hat sich auch nix verändert. Nö, scheinbar doch. Schade. Ich dachte schon, wir hätten einen Vorschritt. Ja, dachte ich ja auch. Ich denke, du hast irgendwo eine Wett getriggert. Warte mal. War ich in dem schon drin? Ja, da warst du schon. Lagasthaus. 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 Aber der Weg geht da. Was ist schon ganz rechts oben? Stimmt, hab ich mir auch gerade gedacht. Ja, da ist noch ein Haus. Okay, fail. Und da jetzt nichts ist, dann können wir suchen ein Lagerhaus. Interessant. Schauen wir mal. Ach, da ist ein Weg. Der war vorhin nicht da. Ist klar. Ist klar, da verschwindet einfach ein Weg, weil ich einer Vogelstöche in Stroh draufsetze. Das ist Sinn. Das ist Magie. Ja, das ist so sinnreich. Aber ich will es auch. Ja, unten sieht es ganz anders aus. Das erinnert mich an die Kathedrale aus Trüten. Was? Nein. Gucken wir mal, das ist. Hat Li ja eigentlich schon eine Richtigkeit? Nein, Li hat es noch nicht. Das machen wir jetzt. Was ist das hier? Der gleiche Schalter wie in Trüten. Das ist also ein Schalter. Wie betätigt man ihn? Ja. Was genau so funktioniert wie in der Kathedrale, müssen wir bloß an diesen Knopf drehen. Dann würde ich hier nur drehen. Das sollten wir nicht tun. Nein, das finde ich nicht gut. Das ist Umweltverschmutzer. Was? Hey. Okay. Okay, ne. Jetzt drehen doch. Ja, drehen doch. Ja, drehen doch. Nein, ich will nicht. Drehen. Wow, die Farbe hat sich verändert. Hast du das gehört? Das war sehr leise. Aber da war doch ein Geräusch in der Ferne. Ach, und jetzt kommst du dann? Jetzt kommst du da rein, oder? Ja, ich denke auch, das Loch wird jetzt auch was sagen. Maybe. Aber jetzt werde ich wieder in Trüten schauen, weil jetzt gibt es ganz sicher was. In Trüten? Was? Äh, in Eltern, wo wir gerade sind. Ja. Da würde ich auch sagen. Egal, wir schauen jetzt mal runter. Wir haben Zeit, wir haben noch fünf Minuten. Das ist genug. Hallo. Ja, pff. Versuch, mich hier gerade auch Bäume durchzuteleportieren. Klappt ja da nicht. Fail. Und noch mal in alle. Ah, nee, warte, das Loch ist aber noch zu. Hä? Sprichst du einfach mal an. Achso, warte, nee, die Brunnen wahrscheinlich. Ich bin letztens nicht. So, was ist das Loch dann da? Keine Ahnung, das ist vielleicht später noch interessant. Geht das jetzt? Okay. Das sieht aus wie ein Brunnen. Ach, ja, jetzt kann ich die Leiter benutzen. Okay, wir untersteigen. Das scheinen die neuen Katakomben zu sein. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Das müssen die Katakomben von Elthain sein. Katakomben ist klar. Ach, die Büro. Bei einem Dorf wie Elthain wird man wohl kaum sein, dass wir hier warten. Äh, hier erwarten. Nun gut, jetzt wo wir hier sind, sollten wir noch mehr Zeit verdröbeln. Achso, sollten wir nicht noch mehr Zeit verdröbeln. Geh, Erika. Ja, ich fail gern rum. Was steht hier? Ja, nicht noch mehr Zeit. Katakomben von Elthain. Das sind keine Katakomben. Das ist eine Höhle. Das ist eine Höhle. Ja, das ist eine Höhle. Das alte war eine Katakombe vielleicht. Oh Gott, das ist das für mich. Alter. Ach, das ist die Liffig. Okay. Oin! Was ist los, was ist los? Alter! Warum machst du noch den Schaden? Alter! Was ist das? Da ist unter der Existilität steht. Guck mal, wie war es? Du weißt, was ist das? Äh... Ich... Ich... Kennen es. Nur so zur Info. Oh, okay. Alles klar. Also Blizekon, ah! Ich sterb noch dran. Okay, äh... Gegenstände. Kämpfen wir. Oh, es ist schön wie ich. du hast du bist du kannst und macht sagen daher hängen er hat er macht ihr extra schaden das ist interessant und ich habe nicht so beteilig was das kann sich die publikanten vor das ich muss hier den boden ich denke ich verliebe abkürzen können ich schaden friss die du die du das gibt es gar nicht geil ja genau paradisierte zweimal im trennen bei der paralysiert mich versorgt die die das ist hier so ein donner sondern wenn sie liegen ich schlage einfach alles kaputt ich sage mal nichts zu ja spoilern so das ist das ist die elektrizität ich renne wieder rein ich bin schüterrenge warte mal ne bin ich nicht abkürzen so fail ich bin fast tot halt ich schau mal was gibt es hier noch ach ich bin fast schülerrenge ab jetzt unterscheidet man so schnell nein nein ich kämpfe nicht ich kämpfe jetzt nicht nein doch nein hier geht es auch noch weiter gehen wir zuerst dahin dann fail ach es geht immer von alleine ok ich bin wieder überrascht dass du mich wie sich ein Ort wie dies und deinem gewöhnlichen Dorf befindet es sind immer noch keine Karte kommen ja Rückwärtsschritt Rückwärtsschritt oh yeah halt Erika pass auf wo du hin trittst machen nicht Moonwalk hier dann was ist los hier Moonwalk ich denke dass wir nicht durch dieses Wasser hier laufen sollten hm warum wohl warum wir nicht durch dieses Wasser laufen sollten dich ja w